Ich bin Father Joseph Kimu, Programmdirektor von Radio Maria Malawi in Afrika. Ich bin hier bei Radio Horeb, um an den drei Tagen Mariathon teilzunehmen, der von morgen bis Sonntag stattfindet. Ich möchte Sie alle, alle Zuhörer und Zuschauer von Radio Horeb darum bitten, aktiv an diesem Mariathon teilzunehmen. Denn der Mariathon ist nicht nur Spenden sammeln, sondern auch das Zeigen der Bereitschaft, unseren Glauben mit anderen zu teilen. Ich bin hier, weil Radio Horeb durch die Spenden vieler, vieler Hörer dabei geholfen hat, Radio Maria zu unterstützen, das Hauptquartier in Malawi aufzubauen. Aber wir sind noch nicht fertig geworden, weil uns die Spendengelder ausgegangen sind. Deswegen bin ich jetzt wieder hier, um mehr Spendengelder zu bitten für die Fertigstellung des Hauptquartiers. Deswegen bin ich wieder hier, um Sie zu bitten, entweder um Spenden oder um das Gebet für den Erfolg des Mariathons. Vielen Dank und möge Gott Sie segnen.